Jaaa! Okay, ähm... Vier Noten fehlen noch... Okay, die sind auf dem Weg nach oben, okay. Ich dachte jetzt schon, weil ich gerade bei dem Adler gesehen hab... Scheiße, da sind keine... Schau mal zu, wie toll ich fliegen kann! Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler! Sieht da schon irgendwie... ...putzig aus... Äh... ja. Ekel, es hat das Puzzletail ausgeschissen! Ich hab' ein ausgeschissenes Puzzletail bekommen, oh mein Gott! Jaaa, wir haben alle Puzzleteile in einem Leveln! Es wird nur dieses einen Grundhit ausgereicht, da haben wir wirklich alle Puzzleteile gesammelt, die es im Spiel gibt! Juhu! Und jetzt noch die letzten Routen im Spiel! Nummer eins! Nummer zwei! Nummer drei! Und jetzt da oben! Und die vier! Jaaa! 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 Er sagt, dass wir tatsächlich alle 100 Noten haben, aber er sagt uns doch nicht mal, dass wir tatsächlich alle im Spiel haben! Mein Gott! Also in der Regel würde man dafür jetzt einen Erfolg kriegen! Ah, den hab' ich ja schon! Wow! Der hat scharf geschossen! Jetzt müssen wir noch mal kurz in den Frühling, zur Biene werden und... ... da haben wir alle Puzzleteile, dann geht's zum großen Finale! Dann seht ihr auch, weswegen ich mir die ganze Scheiße von Brandtilda da aufgeschrieben hab! Huuu! Soll ich mal denn das Viech gelaufen? So, die goldene Feder hol' ich mir jetzt noch! Haaa! Soooo, der Frühling! Ich hab' keine Lust, immer den ganzen Weg zu schwimmen. Ich versuch' jetzt einfach mal über die Knosten hier. Es ist machbar, das weiß ich, aber es ist immer so... Neein! auch am ende wäre es noch schneller gewesen wenn ich beschwommen wäre als wenn ich hier diese knospen braucht hier das kann doch nicht wahr sein ihr wollt mich verarschen so macht erst macht die werden gespeichert wenn die tot sind okay das wusste ich nicht hätte wusste nicht so verwandelt das noch mal dein letzter auftritt in diesem spiel okay nachdem ich kontinuier besiegt welche noch so ein kleines easter egg hier beziehungsweise ein kleines extra noch zeigen ich weiß nicht also ich habe das außer spät festgestellt dass sowas gibt vor allem ist es cool dass es auch wieder so eine anspielung auf 2 der zweiten teil ich bin gespannt ich habe vergessen mich wieder auf beschäftigt zu stellen macht in die box abgefließt ist das mache ich erst mal kurz vor entstellungen online status beschäftigt so damit keiner wieder diese dämmlichen meldungen kriegt wieso dass ich die meldung kriegt und dass dann die ganze wieder da oben steht so raus aus dem level wir haben es abgeschlossen ich bin zu hoch so raus habe ich gesagt die kampfbiene und das letzte 1000 teil die lebte adulick dem lebte glitt corresponds 100 poste teile in 321 sie jetzt ja wir haben alle 100 teile in banju kazooie gesammelt ja jetzt öffnen wir die letzte musiknoten türen ich mein schon moment gleich aus so jetzt da vorne seht ihr schon so eine bunt leuchtende scheibe so und jetzt begehen wir uns nämlich zum quiz und dafür habe ich mir nämlich diese dämlichen brennt jeder sagen auch geschrieben weil ihr seht dahin und wir so ein grund jeder fällt da werden fragen über grund jeder gestellt so ja wir haben jetzt unterschiedliche fragen fälle wir aktivieren dass man den gelben topf und ja dafür muss man das spiel aufmerksam gespielt haben und klick dort wächst die eine eiche wunderbar nur welche aussage ist wahr das ist im winter immer draußen das kostet im herbst am höchsten die blätter sind im sommer am größten das ist die wahre aussage das haben auch festgestellt so nächste frage wenn du kein ganz nummer bist dann sagt mir wo das hier ist das ist mal hier mombus mountain ja und muss man aber euch auch gar nicht groß zu überlegen so wir gehen jetzt einfach hier lang also wenn ich grund hinterfragen auslassen kann dann mache ich das auch wann schussländer so dumm ist sie von muss man herum ein fisch war ganz klar sagt mir ganz ohne hohen aus welcher welcher dieser frisip eindeutig unverkennbar oder haben sie sogar ein bisschen durcheinander geworfen wenn du kannst du mal bist dann sagt mir wo das hier ist ja wiederholst dich jetzt wirklich überlegen ja es kommt nur die sein weil das irgendwie so komisch aus wenn frisip den gipfel erklimmt der weiß auch welche aussage hier stimmt dort leben fünf bären dort leben fünf eiswürfe dort leben fünf schneemänner auf dem gipfel nein ich wollte auf die bären egal sagen wir nur welche zeit zeigt damit man zumindest das gesicht der uhr keine sind keine zeiger dran das war jetzt irgendwie schmack dass ich ein leben verloren so bei diesen zeit events müssen wir halt auf zeit immer irgendwelche teile im spiel noch mal machen wir jetzt zum beispiel die bienen kill was natürlich auch auf unsere leben geht letzte ja das haben wir geschafft das kommt zuerst und die frage so ein glücksfinger ich trage was ist denn das ist die frage ein schrumpfkopf hat sie getragen das weiß ich noch das habe ich so jetzt kommen wir zur ersten todesfrage wenn wir hier falsch antworten ist das quiz für uns vorbei rate schnell und sei nicht bang wer gibt von sich diesen klang da ist mister viele das rote krokodil ist der viele das krokodil ja und diese roten fragen kommen halt aus jedem gebiet so meine grund die frage wenn du mich siehst am zeitungsstand welches blatt habe ich in der hand jetzt recht es sich dass ich das alles so ein bisschen durcheinander geschrieben habe welchen weg gehen wir dann gehen wir uns die doppeltodes frage aber gehen wir da lang ich überlege gerade ich hier lang komme muss ich auf jeden fall da kommen wir gehen hier lang das ist auch klankers karbon nämlich klankers karbon was die bucket bay der anker todes frage 2 auf hummus mountain in einem turm wie heißt der dort hausende wurm die kd termite bleibt uns anderes übrig sagt mir ganz ohne aus welcher schritt es gibt mir endlich antworten muss man ganz klar zur zeit event was wir für machen oh nein die kiste macht bestimmt nicht vor nein sind in die kiste das war noch in 70 sekunden jeder weiß weil er was die bucket bay gesehen hat die kisten haben mir sehr viel freude bereitet was das problem ist dass das wirklich auf unsere gesamtleben für das turnier noch aus selbst wenn ich eine frage mal nicht weiß möchte ich doch gerne mal ein paar leben übrig haben es war die letzte kiste noch 20 sekunden so und die kisten sind besiegt hat auch ordentlich gedauert und ein paar leben gefordert so weiter geht's einer dieser räume gibt es in mod monstern nur in einem meiner träume badezimmer keller küche küche so wenn du kranker bist dann sagen wir wo das hier ist ganz klar das ist rossi bucket bay erkennbar an dem kran rechts jetzt aber auch mit dem wasser bucket bay so ich mache dich zur schnecke was hängt im schlafzimmer an der decke stinke socken also ein juni mir gut wie viel hatte scham und stil das weiß ich nicht das habe ich mir nicht aufgeschrieben ich habe jetzt wird joe klo ne das war falsch was esse ich am abend erquicken und labend katzensteaks ich hoffe der todesfrage ist nicht die von grunty rate schnell und sei nicht bang wer gibt von sich diesen klang grund hilda redet selber von sich grund hilda die hexe zwei todesfragen kommen da oh mein gott hier was ist jetzt aber wir besprechen so wie buchstabieren rückwärts geschrieben e i o ist das andere o es war hier z jetzt kommt ein a k aber irgendwo hier o o j j da oben n a b geschafft jetzt kommen wir der todesfrage doch näher in diesem fall weil es großen bauch durch viele ringe schwammst du auf boah ja ich sag jetzt mal acht ich sag jetzt mal acht ort wo das frage auch das war wieder klar franzige milch zum glück alter vater sagen wir geschwind welches mein liebsten farben sind grabsteingrau so letzte frage was macht momo wenn im klicklockwald der winter so bitter kalt er geht in urlaub er ist nicht da ja wir haben das quiz abgeschlossen und damit haben wir totti gerettet hier langsam wie das unheil schwan das hatte ich nicht eingeplant oh mein gott ja gott da müssen wir auf jeden fall noch mit der müssen wir uns noch battle ja so richtig battle und da können wir auch noch so ein bisschen was absagen wir können noch totti mitnehmen ha 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 wir haben drei ausrufe zeichnen ja du hast noch genug abenteuer erlebt wir müssen noch gegen die hexe betteln und dann gibt es noch hier so ein extra weil ich natürlich nicht vorenthalten will und hilda jetzt werden noch mal kurz alle charaktere vorgeschaltet mord hier ist george blabbi wer auch immer chief keyboard tapper chris snecker